Musik So Freunde, willkommen zurück und heute gibt es ein kleines Thema wieder zum Video Massephase, Masseaufbau, Muskelaufbau und das Thema Wenn ich Muskeln aufbaue, muss ich mich dann vollfressen, Fett werden, Kalorienüberschuss etc. Ich bin ja kein großer Freund oder ich versuche eigentlich die ganze Zeit euch nicht irgendwie den ultimativen Weg zu zeigen oder euch zu sagen, ja hier du musst das so machen, weil alles andere ist Quatsch sondern es geht mir darum euch so ein bisschen zu sensibilisieren und euch beizubringen auf euren eigenen Körper zu achten Informationen zu holen, ja also ich sag jetzt nicht, guckt euch nicht andere Channels an oder andere Formen usw. Aber wenn ihr euch etwas anguckt, dann holt euch Informationen und probiert es aus Viele sind ja so, die sagen dann, der hat recht und dann fangen sie an zu haten und sagen sie dann so Ja, Kaloriendefizite, kann man auch Muskeln aufbauen oder nein, mit Überschuss kann man Muskeln aufbauen oder etc. Und das führt natürlich dann dazu, dass viele dann einfach sagen, ja ok, ich weiß nicht was ich machen soll Also eigentlich will ich so, aber irgendwie funktioniert das nicht, ja Punkt, Stopp, aus, genau hier fängt das Problem an Eigentlich will ich so, aber eigentlich funktioniert das nicht, ja also Bleiben wir mal beim Thema Muskelaufbau Also Muskelaufbau funktioniert nur unter Kalorienüberschuss Ja, dieselbe Laie Jetzt werden einige sagen, nein funktioniert nicht, andere sagen, ja funktioniert doch Bei mir hat es doch funktioniert, bei mir hat es doch nicht funktioniert etc. etc. Ist im Endeffekt scheißegal Denn Fakt ist, du der Zuschauer, der da vorne sitzt und es gerade hört oder liest oder was auch immer Der ist für sich selber verantwortlich Meine Gegenfrage ist jetzt, so Angenommen ihr hört euch irgend so ein Ding an Und dann macht ihr das, ein paar Wochen oder Monate Und ihr merkt nach ein paar Monaten, es passiert nichts Ja, rein gar nichts Dann würdet ihr doch zugeben, ja wenn er in euch geht Dass es Quatsch ist Oder nicht, dass es Quatsch ist, sondern dass es bei euch einfach nicht funktioniert Ja, wenn ich mich hinstelle Und mit einem Kaloriendefizit anfange zu trainieren Und ich merke, ich baue nichts auf Da verändert sich kaum irgendetwas Dann muss ich doch zugeben, dass diese Methode nicht bei mir funktioniert Und dann muss ich mich nicht beschweren, wenn es einfach nicht geht Und dann muss ich natürlich dann offen werden Und darum geht es mir jetzt eigentlich Für andere Möglichkeiten Denn wichtig ist ja, dass ihr am Ende euer Ziel erreicht Nicht ich, ja ich mache mein Ding Ja, ich mache so wie ich das gerne hätte Oder so wie ich das möchte So wie es vielleicht für mich funktioniert Und dann ist es auch völlig in Ordnung Wenn es für mich funktioniert Aber Euch sollte auch bewusst sein Mir ist es egal, ob es bei euch funktioniert In dem Moment, wo ich euch jetzt über irgendetwas erzähle Oder euch irgendwas weismachen möchte Ja Denn im Endeffekt Ihr seid diejenigen, die dann am Ende Wenn der PC aus ist Wenn der Fernseher aus ist Ja Wenn alles andere weg ist Steht ihr alleine vorm Spiegel Und müsst mit euch zufrieden sein Und wenn ihr merkt Da passiert nichts Ja Oder da ist nichts passiert Oder ihr seid unzufrieden generell Dann muss euch klar werden Okay, diesen Weg Den vielleicht jemand anderes genommen hat Bei dem er funktioniert hat Ja Funktioniert nicht für euch Das heißt also, ihr müsst einen anderen Weg gehen Und wenn es auch heißt Dass ihr einen Weg gehen müsst Der euch vielleicht teilweise nicht gefallen wird Ja Ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt Die können nicht Ähm Aus verschiedenen Weil die einfach andere Lebensumstände haben Können sie nicht Reine Muskelmasse Ohne Fett aufzubauen Muskeln aufbauen Das wird nicht funktionieren Das geht nicht Ja Und man sieht es daraus nicht Dass es nicht geht Weil sie es probieren Und sie kommen nicht weiter Und dann sind sie halt Äh Traurig Und fragen sich Warum, warum Ja, warum Weil sie es falsch machen Ja, weil es vielleicht für ihren Körper nicht so geht Weil die Lebensumstände nun mal vielleicht anders sind Ja Weil sie vielleicht zu wenig Regeneration bekommen Weil sie eigentlich Körper einfach vielleicht mehr Essen braucht Etc Es kann also viele Gründe haben Wie gesagt Mir ist es egal, wie es jeder macht Ja, soll es jeder so machen, wie er es für sich gerne macht Weil für mich ist es wichtig, dass ich weiterkomme Und dass wenn ich in den Spiegel schaue Und sage, okay Ich habe jetzt eine neue Plateau erreicht Ich habe eine neue Stufe erreicht Ich bin jetzt breiter geworden Habe jetzt mehr Muskeln Etc Egal, ob es auch heißt Dass ich halt vielleicht vorher Vielleicht nochmal Zu den 10 Kilo Muskeln Die ich aufgebaut habe Nochmal 15 Kilo Fett drauflegen musste Damit diese 10 Kilo Muskeln erscheinen Wenn es nochmal so ist Dann ist es halt leider so Dann muss ich da durch Denn ich möchte ja am Ende Ein bestimmtes Aussehen bekommen Und ich blockiere mich selber Wenn ich zu mir sage Ne Ich möchte nicht dick werden Ich möchte nicht speckig werden Oh mein Gott Wenn ich nur 1 Kilo Fett zu mir nehme Was Kalorien überschaut Dann werde ich ja fett Dann blockiere ich quasi Meinen Weg zum Erfolg Indem ich mir selber Einen steinenden Weg stelle Ja So Und im Endeffekt Wollen wir ja am Ende Alle irgendwie muskulös Athletisch Vielleicht sogar Bodybuilding Oder wie auch immer aussehen Also bestimmtes Aussehen Wie jetzt diese ganzen Leute Die wir da quasi In den Magazinen Oder wo auch immer sehen Aber das Wichtigste ist Dass es nicht einen Weg gibt Und es gibt so viele Wege Wie es auch Menschen gibt Und ihr müsst verstehen Dass ihr euren eigenen Weg Sehen solltet Und beziehungsweise Euch nicht verschließen solltet Anderen Ideen gegenüber Ja Wenn jetzt das funktioniert Wenn ihr sagt Hey bei mir funktioniert es So und so So und so Dann ist es völlig in Ordnung Es gibt Leute die fressen Jeden Tag Dreimal bei McDonalds Und sehen aus Als hätten sie Körperfettanteil Von 8% Und null Wassereinlagerung Ja Es ist halt einfach so Ja So Ich zum Beispiel Bin nicht so ein Typ Ja Ich bin auch kein Typ Der rein Ohne Ohne zuzulegen Ohne Fett Muskeln aufbauen kann Ich habe das jahrelang versucht Es funktioniert nicht Zumindest nicht so sonderlich Dass da irgendwas gigantisches Dabei rumkommt Ja So und deswegen muss man sich Einfach für neue Sachen öffnen Und dann sagen Okay Vielleicht muss ich sogar Ein bisschen mehr Mehr essen als die anderen Dafür muss ich vielleicht In Kauf nehmen Vielleicht mal so Ein oder zwei oder drei Kilo Mehr an Körperfett zuzunehmen Aber dafür habe ich dann Quasi 5, 6, 7, 8 Kilo Muskeln aufgebaut Ja Und die kann ich dann Vielleicht mit 4 Wochen Ein bisschen weniger essen Vielleicht ein bisschen mehr Kale Einfach wieder Weg verbrennen Und dann bleibt mir das übrig Was ich mir aufgebaut habe Und dann ist es auch gut Ja Wie gesagt Ich bin generell Ja bevor ich jetzt immer das sage Ich bin generell ein großer Freund Von diesen ganzen Mit ganz extrem wenig Körperfett Muskeln aufzubauen Ja Also Ich würde es begrüßen Wenn es bei mir funktionieren würde Ich würde es nur so machen Ja Aber Ich habe für mich die Erfahrung gemacht Sehr 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 schwer Ja Und warum es sich extrem schwer machen Wenn es auch ein bisschen einfacher geht Ja Und wenn man dann Dementsprechend auch ein bisschen Seine Einstellung ändert Das ist nämlich auch so ein bisschen Im Endeffekt eine Kopfsache Eine Einstellungssache Und damit kommt man im Endeffekt Viel 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 weiter Ja Wie wenn man dann irgendwie Sich auf etwas fixiert Weil man es unbedingt haben möchte Aber doch eigentlich im innerlichen Merk Ich bin nicht der Typ dafür Das funktioniert nicht bei mir Ich sollte vielleicht offen Für andere Wege sein Denn im Endeffekt Das Wichtigste ist Dass du an deinem Ziel kommst Ja Und das Ziel ist bei allen Im Endeffekt Mörder weniger Das gleiche Nur der Weg ist halt anders Also mach dir mal so ein bisschen Gedanken drüber Das war es von mir Bis demnächst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal